So, willkommen zurück, Leute, zur Tromant Terrace Town. Dann hier ist wieder die alte Crew und Goki ist auch wieder da. Die Pandoria ist dabei, Cyrus, Kaiser, Jade, Gokeng, Gerrit, Wegrenner, ich und Muggles. Ich freue mich auch noch, dass ihr da seid. Ja, dann war das so. Und Muggles. Ich bin da U. Ich glaube, es gibt Twitter-Fallen. Ach, Bruder, die Karte. Ich werde mich nie... Wo bin ich? Ey, gehen Sie mal raus hier. Ey, ich meine, ich mach dich hier zu. Gokeng hat hier so ein Ding in der Hand. Ja. Das ist ein halbziges. Schön, Sie sind doch mit Poren, ne? Oh Gott, Sie sind ja so schön. Gerrit, geh weg. Oh, shit. Buggles, mach doch nicht die Tür hier zu, bitte. Ja, ich bin ja gefecht. Wenn ich gleich tue, dann ist es Gerrit. Nee, bin ich gar nicht. Gerrit, Gerrit, Gerrit. Gerrit, Gerrit. Gerrit, Gerrit. Gerrit, Gerrit. Gerrit, 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 Gerrit. Gerrit, 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 Gerrit. Das wird geschnitten. Jetzt steht hier nicht alle in der Ecke rum, er macht mich nervös. Ja, nicht alle auf einem Fleck. Hey, hier ist ein Grab, wo geht denn hier hin? Wer ist der Detective, bitte melden. Ja, gerne. Hier ist Detective, ich. Du, wirklich? Ja, natürlich, vertraut mich. Hoch, hier, der Gokeng ist immer noch alleine in der Bude hier. Ja, und hier mit Kaiser, ne? Ja. Hey, Pan, wie geht's dir? Mal weg hier. Mal die Tür zu. Schuhe. Äh, äh, was? Geh mal raus hier. Nee, geh weg, ich will rein da. Dennis? Der schießt? Ich kann auch nicht mehr raus. 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 Hey, was? Das ist mein botanischer Indoor-Garten. Jetzt geh raus. Was? Wenn du die Gespräche verfolgst hinter der Türe, das Wahnsinn. Oh, ich will ihn. Kennst du das Wohlen? Ja. Was kann er noch mal aus dem Boden machen? Achso. Oh, mein Gott. Hä? Der Go-Kang hat auf den Kaiser geschossen. Warte mal, Warte mal, Kaiser, Kaiser. Waffe hinlegen, Waffe hinlegen, bitte. Aua. Wer schießt denn hier auf? Kaiser ist es. Kaiser und Gerrit. Nee, Go-Kang hat zuerst auf Kaiser geschossen. Das hab ich gesehen. Das hab ich gesehen. Kaiser tot? Kaiser, bist du da? Kaiser, ist das tot? Mafuyu ist das tot. Ja, war ihr denn jetzt Traitor oder nicht? Mafuyu. Ich weiß es nicht. Soll ich untersuchen? Was? Nee, ich kann nicht untersuchen. Ich bin kein Detektiv. Nee. Kaiser, Traitor. Ich glaub, ich hab Seifers erschossen. Was? Warum? Traitor. Nein, lass mich durch. Ich werde Seifers wiederbeleben. Okay. Leut dir doch Traitor hin, wenn du jemanden schießt. Nils war Traitor. Ich sag, save Gerrit. Ich hab's irgendwie im Gefühl. Ja, dann schieß den noch mal hoch. Was du im Gefühl hast? Du hast letztens... Es legt hier alles immer so nach Fisch und das kann nur Gerrit sein. Was? Ich bin nicht beschuldig. Scheiße. Endlich ist mal wer anders. Oh. Wer nach Fisch stinkt. Warte. Was? Darf ich's? Verlass mich nicht. Klopp Gerrit so, ne? Maggert? War Gerrit? Was ist? Hau ab! Hey, der Maggerts haut mich. Dann darf ich schnell schießen, ne? Hey, der Maggerts, ja. Hey, ich bin das nicht mal. Nee, das Seifers. Du bist es doch, Gerrit. Wie, du bist es doch? Warum? Hau ab! Ja, weil ich's nicht bin. Okay. Du bist es. Hör auf! Also, Leute, Leute. Ah, ja. Bevor ich... Gerrit... Ich weiß nur, dass Gokeng auf den Kaiser geschossen hat. Da bin ich rausgelaufen. Wo ich Gerrit niederknüppel? Also, Kaiser und Gerrit waren im Raum im brutalischen Garten von Gokeng. War ich, war ich, war ich. War Gokeng getötet. Und die haben eine Schrotflinte. Ich knüppel Gerrit jetzt nieder. Nee, warum? Warum macht... Hey, hör auf! Ja. Ja! Ja! Das war so einfach, Leute. Ihr hättet das... Ich hab Gerrit einfach rausgegangen und ganz halt weggefallen. Ich hab daneben geschossen. Sorry, Gerrit. Gerriter von Peter! Spiel mit Oschi schon wieder. Was? Oh, der arme Gerrit, Leute. Ja, ist wirklich so. Kaiser, du musstest ein bisschen notlügen, ne? Jetzt im Moment, als ich dann noch vorbeikam. Ja, klar. Oh, Gerrit. Ich wollte erst nicht und dann hat Gerrit geschossen. Dann hab ich jetzt mich geschossen. Und hier die Lage der Nation. Mein Volk. Twitch Pride. Verständlich. Wenn Sie der Meinung sein, Sie möchten uns unterstützen, nutzen Sie ihr Sub. Vorzüglich bei Heideltaut. Denn der weiße Hörer, Ihre Mutter kommt auf. Zeit, das hast du eingestellt, dass Sie in einen Traitor werden. Äh, Jo, hab ich gemacht. Zählen. Ich nenne mir auch Twitch-Suche. Ich kenn's mit dem Traitor. Ja, ohne Witz. Du hast echt Algorithmus informiert. Ich hab mich eben immer an Blattwitz gehalten. Er war auch... Ähm. 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 Wie kann... War das denn ein Grafikfehler? Nee, der Go-Kang, der... Kann einen Traitor fliegen? Ja. Go-Kang ist grad geflogen. Was? Ich bin dagegen gesprungen. Er ist da grad weggegangen. Ja, was? Ey, Gerrit, schieb irgendwas... Ich hab dir schon lange nix mehr geschoben. Jade-Busen. Scheiße drum. Nein, ich war doch fertig von dem ganzen... Warte mal! Stopp! Stopp! Die erste Person, die dort war. Genau, hab ich auch gesehen, ja. Nein, Walter weiß. Ja, einfach gesagt ja nicht. Pandoria, the first of the fittest. Ey, ich schieß dich jetzt, ne? Ja, ist klar. Und Margit ist der andere Traitor, ihr kleinen Fickers. Genau, so ist es geil, Dennis. Ist aber auch... Walter weiß... Hä? Dann machst du nicht, traust du dich nicht. Ich stehe dem Muggled, vielleicht gleich tot, wenn man er das. Ja. Ich will das das beste Verhältnis. Du! Hier ist Muggled. Hier ist Mafuyu. Ja, dann knall doch einfach ab! Trau mich nicht! Dennis, komm! Dennis, komm! Ich traue mich nicht. Ich erschieß das. Warte, wo ist es? Okay, Kopfschuss. Hopp! Oh! Oh! Nein! Warum? Oh! Mafuyu ist Traitor. Nein! Zwei gehen rein, einer kommt raus! Ich hab das gesehen! Ich auch! Hä? Ja! Mafuyu hat erschossen. Es tut mir leid! Ja, das wisst ihr nix. Mafuyu. Wo haben wir Detective? Ich treffe ne Bombe rein, oder was? Ja, okay. Nee. Danny war Detective. Oh nein, ich bin ja allein, das will ich nicht. Da ist jemand eiskalt ermordet worden. Tut mir leid! Nee, das tut dem gar nicht leid. War das Dennis? Dennis war das? Dennis war das, ja. Oh shit. Dennis? Leine. Wie Leine? Bin ich dein Hund? Ich hab gesagt Dennis, heisst du Dennis? Wow. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so stickig hier. Sometimes. Wer nie mal... Sometimes. Gokeng? 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 Das ist Gokeng. Dennis ist gerade gestorben und hat Gokeng gesagt. Ja, Gokeng ist es. Ich hab's ja eben gesagt. Hä? Da schießt schon einer von hinten. Hier, der, der, der Muggles. Der Muggles! Ja, Michael Gokeng. Michael Gokeng. Der schießt... Wer hat geschossen? Renni, kannst du nicht zielen? Der Muggles ist erschossen, weil die hat's gesagt, aber der ist innocent! Ihr Schweine! Also Muggles, ne? Nein, Muggles ist es nicht. Muggles ist tot. Muggles ist tot. Dann ist einer von euch dreien das. Wir Beinen. Wieso? Wir drei sind das doch nicht. Achso, okay. Irgendjemand lebt doch noch. Wer lebt denn noch? Du lachst gerne. Du bist so klein. Nein! Ich schwöre... Ich schwöre bei... Bei Heilige Blume. Ein Grund mehr drauf zu schießen. Der Renni, du zielst! Nein! Was machst du im Traitor-Shop? Ich bin... Oh ja, als wenn ich jetzt in den Traitor-Shop gehe... So, pass auf. Ich verwandle mich in einen Baum und du bist Traitor. Und dann? Ja, bist du tot jetzt? Nein, nicht auf mich schießen wollen! Renni hat auf mich geschossen! Nein! Was hast du mich geschossen? Du Schwein! Renni? Gary? Du bist so schlecht. Ich hab dich doch gerade gesehen. Renni, komm her. Denn die Sau läuft ja auch noch da rum. Magels! Tut mir leid! Scheiße, Mann! Wenn ich in das Haus gehe, komm ich nie wieder da raus! Also komm her und stell dich! Der Balou, alles gut bei dir? Balou. Kaffee Mike, ne? Ah, ich wollte gerade die Bananen weg! Boah! Ich wollte gerade die Bananen weg! Und ich hab so getan, als ob Gokane mich getötet hat! Ihr hört mich zu! Ich hab noch gesagt... Und ich hab noch gesagt mit Renni, dass Renni und ich unterwegs sind! Und dann... Das sind wir oft! Und recht dahinter noch jemand! Aber 2-0! Wer war jetzt Traitor? Ja, Gokane! Gokane! Gokane, hab schon gesagt! Ja, dem kannst du nicht vertrauen, dem Junge! Ich hab so getan, als ob Gokane mich erschossen hätte! Weil ich wollte einfach, dass ihr weggehen! Weil die alle gedacht haben, ich hätte mehr Traitor, weil ich die Tati niedergeschossen hab! Dann habt ihr wirklich gedacht, der Gokane, der wirklich Traitor war! Ich hab ihn getötet und dann machten die, ich bin Traitor! Ja, das war so halt random eigentlich! Und dann haben wir eigentlich ab Gokane getötet! Und ihr habt euch am Schluss gegenseitig getötet! Ich hab mich einfach versteckt! Trotz random! Das war einfach... Ich hab euch vernichtet, Leute! Du hast gar nix, Junge! Du hast gar nix, Junge! Ist das krass, Alter, Leute! Du bist mir direkt... Du hast fast... Ach, ey! Ach, ey! Hey! Lass da noch mal bisschen dazwischenreden! Aber ich campen erlaubt hier! Was? Campen? Ja, ist Campen und Verstecken erlaubt, oder? Ja, du hast ein Radar als Traitor! Ja, du hast ein... Genau, du hast ein Radar! Also wenn du es kaufst! Wenn du Traitor bist, kannst du dir ein Radar kaufen! Darf ich voll unfair irgendwie? Was ist unfair? Ne, wieso? Ein Radar? Ja! Was für ein Radar! Ich möchte Schrotflinte hauen! Ja, aber ist auch dämlich! Also ich mach das nicht! Ich möchte Schrotflinte hauen! Das Radar ist nur alle 30 Sekunden! Alle 30 Sekunden! Die letzte Position! Ach! Boah! 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 Hier wachsen Blümchen! Hier wachsen Blümchen! Also als Dennis gestorben ist, hat er gesagt... Ey, weiter! Oh! Weiß einer, wo ich ja Schrotflinte finde? Ja, was soll der sonst sagen? Daddy, warum machst du so lang rum? Das stimmt! Aber deswegen wollte er sagen, dass ich mich auch... Warum stehst du so lang auf einer Stelle? Nein! Ich bin mit Renni unterwegs! Ja, und sie stand da gerade ganz lange rum! Warum? Wer? Ja, Jadie! Dann ist Jadie Traitor! Jadie ist Traitor! Wir sind wieder ganz still! Ey! Pandoria! Pandoria dieses! Was? Wo? Du bist so eine Sau! Warte mal! Dennis, untersuch die! Ich hab die! Ich hab die! Ich hab die untersucht! Pandoria ist ihr Traitor! Garrett! Garrett! Okay! Nee, ich nicht! Nein! Ich schwöre es! Der ist das! Der läuft mich da hinten rum! Garrett! 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 Ich schwöre auf den heiligen Graal! Auf alles! Ich denke Dennis ist es dann auch... Nee, ich bin das nicht! Ich bin bei Kaiser! Nee, Garrett, komm! Der wird plötzlich so laut! So, warte mal! Hä? Ich kann doch leise reden! Ich bin es nicht! Dennis kann es nicht sein! Dennis hat gerade den ersten Körner schon... Ich bin es wirklich nicht! Ich schwöre! Aber wenn Dennis jetzt selber tot ist, dann geht der auch noch! Ja, dann... Ach, denkt was ihr wollt! Ich geh jetzt in die Frittenbude! Ich geh jetzt raus! Hier, so, in die Pommesbude rein! Wenn wir die Leiche gefunden haben! Muggles, hör auf! Ja! Ja, Garrett! Garrett! Guck mir tief in die Augen! Das muss Garrett sein! Ich seh noch eine Rechte! Jawoll! 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 Ey, das war so dunkel, Dennis! Stand hier! Jawoll! 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 Ey, ihr seid alle so dumm! Bis auf Kaiser! Der hat's begriffen! Weil wenn... Wenn ich Traitor gewesen wäre und ich hätte jetzt vorgetäuscht, dann wäre die Runde direkt vor Ende ge... Ja, richtig! So, der Kaiser hat's die ganze Zeit gesagt... Ja, es gibt aber auch Leute, die nicht viel denken hier! Puh! Jetzt sagst du mal J.D. mit Ruhe! Ja, mit J.D. würdest du sagen, die hat etwa kein Allgemeinwissen, Gerrit? Was? Allgemeinwissen, damit habe ich was zu tun! Also, im Prinzip kann ich nicht! Kann ich den dumm! Was ist das denn? Was ist Allgemeinwissen? Was ist Allgemeinwissen? Aber, Gerrit, Gerrit Bestermann, äh, ich schwör auf Weilingen Graal! Der weiß nicht mal, was das ist, Junge! Der weiß nicht mal, was das ist, Junge! Ja, 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 ja! Wow! Ich bin bescheuert eigentlich! Ach, ich bin sehr innocent! Hm, da habe ich vorhin auch gemerkt! Hau ab! Also, beweg mich! Ja, ich darf hier bleiben, Gerrit! Ach so, du bist Detektiv! Bei mir ist die Pantoria draußen! Ich habe mich bewegt, ich habe nur mein Auge gepopelt kurz! Dein Auge gepopelt? Wie kann man denn im Auge popeln? Was ist denn los? Ja, aufpopeln hier! Sack endlich! Ach so! Wer ist Detektiv? Ich! Hier! Oh, Gott sei Dank! Wo bist du mein Freund? Draußen am Brunnen! Oh ne Waffe! Hab ich schon immer verehrt! Ah, ne, die Waffe! Das weiß ich doch eigentlich! Also, ich bin auf jeden Fall völlig! Und, wer ist das hier? Ah! Ich werde folgt, ich werde folgt, ich werde folgt! Hey, Dennis, geh noch mal weg, Alter! Ach so, das ist ja jetzt ein Ding! Was bin ich? Ich habe das größere Gewehr, Gerrit! Ach so, das kann jeder aufmachen! Das habe ich, guck hier! Habe ich niemals behauptet! Du kannst dich richtig hören! Gerrit hat, du machst, du bist Detektiv! Richtig! Boah, dann ist der erste Video mit dem Streamer, die ihre Popel gegessen hat! Was war? Ist doch eigentlich gut, weil Salz und so! Ja, du weißt doch, dass die Leute einzig schmecken! Geh mal weg! Bah, ist das ekelhaft! Richtig! Also, ich finde das ist so schlimm! Popel essen macht Spaß, Chat, oder? Ehrlich? Jeden Mittwoch, vier zu Uhr machen wir Popel-Treffen! Einzig, Chat! Ey! Doch, kein Verschwinde! Warum ist Popel eigentlich Popel? Ich hätte den Herrn Schmarm besiegen können! Das ist 1897, der Begriff. Sieht man mal Allgemeinbildung! Das ist 1860! Greif es! Guck mal! Gerrit ist es! Was ist? Da! Renni hat geschossen! Huch! Ich hab kaputt! Hey, was ist los? Huch! Ist kaputt! Ich kann es sehen! Oha, ich werde beschossen! Aua! Oha! Oha! Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Also, Panne ist es nicht! Sie hatte auch den Absturz! Er hatte auch einen Absturz! Und ich weiß, dass er es hier auch nicht ist! Also, Panne ist es nicht! Ich werde angegriffen von dem Penis! Ey! Ist das euer Ernst? Och, das war so schlecht! Rennen wir mal mit dem Kantaner da rum und ich dachte mir das ab und keiner checkt das! Ich kenn das doch nicht! Aber weißt du, warum ich den Gefängel getötet habe? Ich wollte das Fenster aufschießen und der Gefängel läuft vor mir! Alter, wie mies! Ich kenn das doch nicht! Also, warum ich dich angeschossen habe? Ach, Renni, bist du in meine Falle gegangen? Ich wär auch einfach reingefallen! Ja, ja, ja! Das Ding hab ich gefressen! Ich hab dich zum Fressen gern! Es war geil! Es war doch ganz geil! Hat dich das irgendwie erregt? Hat dich das irgendwie erregt? Ja, schön! Wer war jetzt hier, äh, Dingens? Aber jetzt hast du ja wenigstens irgendwas gefunden, was dich erregt, Renni, ne? Hallo! Ich hab'n Geheimgang gefunden! Hast du was gesagt, Gerrit? Was? Was hast du gesagt? Nix! Och, schon wieder Innocent! Was denn was? Ich auch! Was ist was, Renni? Innocent? Gute Frage, D! Ich brauch' ne Hoffnung! Geheimgang! Geheimgang! Hä? Wie wird man da, wenn man da rein springt? Oh, jetzt sind du ja noch Leute, ne? Äh, ehrlich auch! Oh! Jetzt noch ein Renn-Sieg-Schnitzel! Geh weg, Alter! Was ist denn ein Renn-Sieg-Schnitzel? Das ist ein Schnitzel, überbacken mit, äh, also nicht überbacken, aber das Soos in der Hollandaise drin, und... Oh! Hollandaise! In der Hollandaise, die da rauskommt! Oh! 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 Was bist du denn羽蜂蜜� 14? Okay, Waldi! Gerrit ist Traitor, Gerrit ist Traitor. Warum bin ich Traitor? Ich hab grad die Waffe gewechselt. Er hat den Stall und hat da die ganze Zeit die Wand angestarrt. Der ist der Traitor. Warum bin ich Traitor? Weil du nicht bist. Ich hab ihn von draußen noch gesehen sogar. Ach, ihr zwei, ihr seid nämlich Traitor. Ihr habt ein bisschen Auge auf Gerrit, ich sag euch. Der Detektiv kommt mal mit, ich töte den. Magst du mich oder warum läufst du mir hinterher, Dennis? Du riechst nach Moschus, komm mal her. Ja, das stimmt, Altherrenparfüm, komm mal her. Nein! Was war das? Verdammt, ich gehöre. Sprungfalle irgendwo. Sprungfalle irgendwo. Was, das war's? Das war ne Sprungfalle. Das war ne Sprungfalle. Hör, wo bist du, Gokang? Ja, okay, hat sie ja nix geändert, guck. Da war irgendeine Sprungfalle oder so. Ja, so ein Junge. Ja, das kam von Gerrit. Tritt man nach Traitor? Wie er mich wieder am Beschuldigen ist. Gerrit ist Traitor selber. Außer er ist dumm und er ist selber reingelaufen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich Gerrit töte. Was? Er ist kein Traitor, weil Gokang nämlich selber in eine Traitorfalle reingerannt ist. Renni. Magel! Renni. Komm mal nah bei mich, Gokang. Ich sag hier, Renni sind. Was? Ich bin ja nix. Hey, wer ist dein Pferdeschlag? Boah, ich hab so... Ich würd so gerne abdrücken. Ach du! Jadey, gib immer die goldene Diegel, bitte. Hä, wie ist das hier? Wie hat jemand was geworfen? Aufpassen. Hä? Ich nicht. Das war der Hälfte. Doch, das ist da hochgegangen. Feuer! Hier, dritte Quallen. Da im Haus. Da ist einer drin. Kannst du mir die geben? Danke. Hey! So. Gut, wenn wir alle in der Ecke... Hochzug! 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 Ich hab ihn! Er hat den Zug geschossen. Oh, Renni, wenn du gut gemacht sagst, dann bist du es auch. Nein! Tu jetzt nichts! Wer lebt noch? Er war Traitor. Er war Traitor. Ja, ja, alles gut. Er lebt noch. Detective tot. Ich lebe noch. Dennis tot und Gerard tot. Er lebt auch noch. Ja, okay, das ist schwierig jetzt. Ja, das ist echt schwierig. Ja, dann muss man jetzt aber ein bisschen... Nee, warte mal. Error. 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 Wer war das? So nicht, mein Lieber. Ich hab kurz eine Frage. Das habt ihr gut gemacht. Ey! Darf ich ganz kurz eine Frage stellen? Wirklich? Ganz kurz? Nein. Go Kang. Er ist in meine Falle reingelaufen. Hast du wirklich das Sprung-Ding genutzt, um uns in die Ehre zu führen? Nein, nein. Er ist in meine Falle reingelaufen. Oh nein, Gott. Das hat ihn einfach komplett unschuldig gemacht. Ja. Ey, aber das Lustige war einfach, ich feuere der Thomas die Lokomotive ab, auf einmal ich drehe mich nach rechts, Kaiser steht genau neben mir. Hier schön sagt Thomas die Lokomotive, ne? Thomas. Ja, ich konnte das erst genießen. Er guckt einfach so. Vorne Waffen. Ja, ja. Wie komme ich in diesen Traitor-Raum rein? Gibt's hier auch sowas? Warum? Guck doch. Bin mir nicht sicher. Vielleicht. Was ist das, wenn links... Wenn das Grün ist links? Sprich, unschuldig, ne? Nee, nee. Da musst du einmal spielen, Neustart ist im Bock. Oh. Schön. Wer geht rein? Du bist duldig. Ja, worin geht's da? Ich hab Angst. Ich brauche eine scheiß Waffe. Du hast mich getötet. Wer dich aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das so cool ist, wenn ich... Ich muss Seifes beschützen. Renni. Geh weg mit deinem Schattgang. Gerrit hat sich gerade geportet. Was hab... Oh! Du erzählst wieder Scheiße, ich leg dich um! Wer schießt du denn auf mich, oder? Da... Oh, da ist niemand mehr. Oh. Oh Mann, der Gerrit wurde ferngesteuert, Leute. Der Gerrit hat auf mich geschossen mit der Dings. Der Mangel zielt auf dich. Guck mal hinter dir. So ein schlechter Hund ist das. Hey. Du bist so ein schlechter Hund. Ich mach gar nichts gerade. Ey, Mangel zum Taler. Achtung, Achtung. Hey. Detective Sister. Ich bin dir bei Mangel zum Taler. Detective Sister. Mangel zum Taler. Mangel zum Taler. Mangel zum Taler. Ich war nicht auf der Scheune. Ich bin nur bei Pum. Auf der Stelle. Ja, können wir da nicht, können wir da nicht. Pass aus. Hä? Du den Weg in... Wie? Ist das aus? Ganz kurz jetzt mal... Ganz kurz leise bitte. Weil Mangel war docker 6 Sekunden auf einer Stelle. Okay. War ich nicht. Die Taschlampe an, ausgemacht und... Wo denn? Er hat so viel geschossen hier. Und Kaugummis gekaut und... Und Gokeng war hier im Haus. Gokeng. Gokeng, Junge. Er kriegt ne Backpfeife. Nein, du kamen hat Schüsse aus dem Haus. Ja? Gokeng war das bestimmt. Und Gokeng war gerade im Haus. Ich geb dir gleich einen Scissorskick hier. Was besinnst du hier? Das Haus ist laut. Mangel 10.09. Gerrit am Boden. Gerrit am Boden. Gott sei Dank. Gott sei Dank kommen. Warum belebe ich mich so was schon da? Was ist denn hier? Mangel schießt hier aus dem Haus? Okay, du bist gut wie tot. Ich schieß mich mal. Was wollt ihr denn von mir? Dein Leben? Pass auf, die Pandoria ist da drin. Ich weiß, viele wollen mein Leben. Oh oh. Warte ganz kurz, ich muss bestätigen. Ja. Ja. Was machst du hier drin? Ich meine... Wer hat den getötet? Wir wissen. Jeder hängt doch jemand drin. Loil. Ja. Loil. Pan. Wieso liegt hier ne Leiche in dem gleichen Gang wo du drin sitzt? Pan. Ich glaub du wüsst es. Pan. Dori. A. Pan antwortet auch nicht mehr. Ich glaub ich bekomme hier einen Schuss ins Gesicht. An Dori. Schilden gemacht, Schilden. Jetzt weiß ich was die alle meinen im Chat. Alter Schwede ey. Auch gut Analysier-Cooking ey. Ja Leute. Dann war ne neue Runde Trouble in Terrace Town. Warst du eigentlich? Nein. Hat Spaß gemacht ey. Hau rein.